Ich bin Herr Blessing, pädagogische Fachkraft in der Grundschule in Oberzirkheim und ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund. Ich habe eine kleine Challenge für dich und zwar mit dieser begehrten Rolle Klopapier. Ziel ist es sie mit den Füßen zu jonglieren und solange es geht umzuhalten. Probier es mal aus und vielleicht bist du besser wie ich. Los geht's! Yeah! Lass mich wissen, wie gut du warst! Bis bald!